Dieser Ford Rheinchen mit Tageszulassung steht hier zum Verkauf. Der blaue Transporter ist viertürig, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter besticht durch sein luxuriöses Lederinterieur und zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Bordcomputer, ESP, Klimaanlage und noch vieles mehr. Das 6-Gang-Schaltgetriebe des Diesel überträgt eine Leistung von 150 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 27.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.